immer dieses glas hatten wir jetzt schon keine ahnung das gewächshaus seit hier unten ist noch was drinnen eventuell hier sind noch drei stecks drinnen ich wollte halt ja auch noch einiges brauchte für was hier eigentlich schon angefangen hatte zu brennen beim letzten mal ja da sind 36 tonne ja gut wir haben aber noch genug müssen auf jeden fall nach links runter auf jeden fall auch noch ausgang bauen irgendwie und wir müssen an jedem mittelfenstern ausgang haben weil das muss ja wenn wir durchs haus komplett einmal rum oder ums gewächshaus das hat blöd immer ist ja noch nicht fertig schalt immer bleibt bleibt dass das ein tisch so blöd wie du das sowieso ist ja was anderes gut du bist auch ein bisschen blöd ne portal hatte ich hatte ich das erzählen ja bist du schon er steht schon ich bin nicht mehr daran erinnert ja habe ich schon nichts vergessen pass auf jetzt falle ich da rein und sterbe in einer larve oh warte mal ich muss das schwert woanders hinpacken am besten keinen mausklick machen weil hier die wilde weil die scheiß zombie pigments hier sind ich mache auch gerne racke muss klick wenn ich in die hölle gehe ne dann hast du auch so schnell so ein pigman am hals das kommt echt nicht gut ne das stimmt weil die sind leicht ein bisschen aggressiv werden auch nur so leicht ne ja zack jetzt brauche ich jetzt mal eine plattform auf damit wir ein bisschen platz haben so zu mir wenn du kannst dich jetzt hier gerne verabschieden tschüss tschüss habe ich gesagt tschüss geh runter von der plattform ja ja als wenn ich den schlage da rastet der aus geh weg wenn ich ihn runterschmeißen passiert ja nix blöcke wieder ein endermann so viele machen wir drei vier fünf ja das ja das brauchen wir noch blöcke ja mal zockig genug dafür wir gleich schon in der dunkel oh gott ey ich kann kotzen ich merke da gar nichts von jetzt wovon das dunkel weht bis auch in der hölle du achte gleich ja ich darf das ja auch truppen spielen ja nein zu weit das darfst du dann wäre das hier schon mal nur die plattform da würde man auch nicht so schnell irgendwo hinfallen dann kann man sich auch ein bisschen bewegen freier aber ja war ja war ja war ja war ja war ja jetzt ist es ein freier ja war ja war ja war ja so eventuell ich kann nicht schlafen wollen du eigentlich dachte ich habe in der blöcke lassen oder sollten ja noch werden was im dach jetzt oben meinst du ja da kommen andere blöcke aber du kennst ja ich mache jetzt erst mal hier warst du mal wieder da warst du mich wieder da ist da kommt noch was hin klar ich habe eben eine stelle rausgerissen oben ich muss doch warum machst du das hast du einfach ist aber nicht nett von dir dann hält einfacher hier oben drauf kommt ist aber nicht nicht von dir doch sehr nett auch frau ich muss doch hier der kotkopf ich war jetzt einfach nur so ein scheiß gebäude du kleiner fickiger scheiß gas gesundheit ich habe keine blöcke mehr davon verdammt doch habe ich noch 64 grad aufgeploppt schade er ist manchmal so verbuggt wenn es in der tage ist und da hast du es auf einmal irgendwie in der hand irgendwie ist das ganz normal kleine fliegende pissbacke hau doch ab und nicht woanders hin denn jetzt wird er doch auf ein echt wieder keine das soll das aha hier sind eisengitter vor du blödes viech hier kommst du nicht durch das ist mir eigentlich nicht das ist mir egal das ist mir egal das ist egal ah gesundheit du bist schon so dämlich ey warum nur so wow ich finde ich wenig in der gesundheit und dämlich bist du trotzdem verdammt verdammt zack jump 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 jetzt höre ich mich hör doch auf zu niesen niemand mag das was fackeln hab ich da fackeln hab ich da und da ich würde erstmal behaupten das reicht vollkommen um Gänze jetzt ja ich glaube ich google gleich mal wie weit man entfernt sein muss um wirklich ein effizientes portal weit weg zu bauen A A A B A B A B A B A B oh dann google das mal ich google mal mal gucken was google sagt Googlemon Minikraft ja wie ja was soll man denn wie nennt man das denn Entfernung zwischen zwei Helmportale Entfernung Neter Portal Neter Portal Porta Guides nur das auf jeden Fall nicht ein Neter Portal auch nicht vielleicht was in der wiki ist noch nicht ganz ziemlich krisch na das hat auch generell nicht ganz also die einzige möglichkeit ein weiteres zu generieren ist ein sehr großer abstand nämlich mindestens 1024 blöcke also auf der oberwelt das wären ja also müsste man 1024 blöcke irgendwo hin bauen ich weiß aber was ist dann der abstand in der hölle acht mal weniger ich glaube in der hölle um einiges weniger ich meine acht mal weniger das wären die 128 blöcke was ich ja mal gesagt hatte ne das ist die frage welche einfach ausprobieren ah 128 meter ja hier ist es da ist es das ist ein bild sogar das ist zwischen total in der oberwelt und der unterwelt ja wenn man das genau zwischen den beiden dingern setzt dann wird man von allen positionen immer das gleiche geportet also was in der mitte steht das ist natürlich auch geil ne also auf der oberwelt auf 2000 meter breite wasser dann über portale verstehen und kommst immer nach hause direkt kommst aber nie mehr dahin das ist das dann das andere problem okay das ist ganz gut das ist ganz gut den baubeutel will ich jetzt gar nicht haben den rucksack hier natürlich die frage die frage aller fragen ich brauche jetzt mal andere blöcke noch damit ich die mitnehmen kann schon mal einen raum bau und dann baut man da einfach ein portal hin ich müsste dann natürlich in eine richtung reisen ich muss noch eins drüber na sind wir gerade am blöcke bauen hier kommst du aus der hölle raus hast du wieder irgendwelche blöcke dazwischen stehen darauf nachher ist es fertig wenn ich wieder aus dem portal herauskomme was denn ich habe keinen shader und deswegen geht das ein bisschen so aa aus ich verstehe gerade nicht was du meintest du dafür ach diese die weißen zwischenbalken die sind mit dem shader viel besser als wenn ich keinen shader habe ach so was ich da mit den ecken gemacht hab ja ja das hatte ich ja sowieso vor ne wir hängen ja ach so ich bin es eigentlich wenn man keine axt hat hat was mit holz hantiert hat doch was und zu blöd ist und runter fällt ja wenn du runter gefallen bist ne warum holst denn keine neue oder holst dir keine ich bin runter gefallen ja dann kannst du doch ne axt eben holen auch keine lust fuck so normal wenn ich drei stacks verbrauche von den steinen dann wäre ich im größeren abstand entfernt damit mein neues portal spawnen könnte kann sein ja kann die sein das muss so sein dann haben wir nicht noch 14 davon so das da waren du Sackgericht das war ich nicht ich war das wirklich nicht nein ich hab sicher nicht langlaufen sehen neben du ne hast du ja auch nicht gleich ruhig hi hi ich war das wirklich nicht ich bin da zum ofen gehabt mir ein bisschen was von dem eisen genommen hallo was soll das was was soll das nein ich hab dich genau gesehen nein ich hab dich genau beobachtet und gesehen nein na geht's wieder in die hölle verpiss ich doch ich muss mich dahin verpisseln noch bloß ab hab in die hölle mit dir du ein kind ich bin ein helles kind ich bin ein wahres kind der hölle ich bin fackel boy ich fackel alles nieder fat boy deine armee steht für den kampfbereich ich weiß immer wenn man nebenbei was noch spielt immer nebenbei noch was am spielen ist naja ich spiel jetzt mittlerweile klatsch auf glanz ich hab lange weine ab in die hölle ab in die hölle du hast immer lange weine wahrscheinlich auch wenn du arbeiten willst hast du genau so lange weine so ich geh jetzt in die richtung ich bist du genau bei 260 blöcken hinkommen das geht sogar minus dann muss ich auf null einfach gehen fertig wirst du garst ich nicht jetzt wollen wir doch mal komm schieß aua wenn er mal so viel müll der momentan hat